Sie wirken so beruhigt auf mich. Ich weiß gar nicht, wie Sie das machen. Ich sitze nur neben Ihnen. Eben. Das ist es. Sie tun nichts, sagen kein Wort und wirken beruhigend auf mich. Würden Sie jetzt aufstehen und gehen, ich könnte es mir nicht vorstellen. Das müssen Sie nicht. Wenn Sie gehen, müsste ich auch gehen. Nervenbalsam sind Sie für mich. Solange Sie neben mir sitzen, halte ich mich, halte durch. Kaum, dass Sie neben mir sitzen, ist die Welt wieder in Ordnung. Die Welt ist in Ordnung. Wünschen Sie eine andere Welt? Sie wäre nicht in Ordnung. Von der Welt weiß ich nichts. Ich will nichts davon wissen. Wir sind seitens der Welt. Wir gehen, wir gehen. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020